Herzlich willkommen zur Welt der Werkstoffe. Mein Name ist Professor Bonnet und in diesem Video werden Sie alles Wichtige über Zustandsschaubilder und was wir aus ihnen ablesen bzw. ableiten können erfahren. Das Zustandsdiagramm ist, wie bereits erwähnt, die bildliche Darstellung der Zustandsänderungen von Legierungen in Abhängigkeit von den sie bestimmenden Zustandsgrößen Temperatur T und Konzentration C. Bei dem Verfahren der thermischen Analyse wird die Temperatur der abkühlenden Legierung in Abhängigkeit von der Zeit gemessen. Dabei ergeben sich in den Temperaturkurven bei den verschiedenen Phasenänderungen charakteristische Unstetigkeiten, Haltepunkte oder Knickpunkte. Betrachten wir als Beispiel das System Kupfer-Nickel. Die Phasengrenzen und damit das Zustandsdiagramm werden bestimmt, indem die von einer Legierung ermittelten Knick- und Haltepunkte einer Abkühlkurve in das TC-Schaubild eingetragen werden. In der Abkühlkurve des reinen Kupfers zeigt sich der zu erwartende Haltepunkt bei der Kristallisationstemperatur des Kupfers. In der Abkühlkurve einer Legierung mit 25% Nickel finden sich jedoch statt eines Haltepunktes zwei Knickpunkte. Knickpunkte entstehen durch eine Energiefreisetzung bei einer allmählichen Kristallisation. Das heißt, der erste Knickpunkt kennzeichnet den Beginn und der zweite Knickpunkt das Ende der Kristallisation. Bei einer Legierung mit 50% Nickel erhält man eine ähnliche Abkühlkurve, wobei sich die Knickpunkte bei höheren Temperaturen befinden. Ebenso bei einer Legierung mit 75% Nickel. Für reines Nickel weist die Abkühlkurve dann wieder den für einen Rheinmetall typischen Haltepunkt auf. Die hier dargestellte geringe Anzahl der Messungen in der thermischen Analyse reicht bei einem solch einfachen System zur Bestimmung der Phasengrenzen aus. Die übertragenen Punkte aus den Haltepunkten und den oberen Knickpunkten können verbunden werden. Sie bilden die sogenannte Liquiduslinie. Die Liquiduslinie trennt den Bereich nur flüssiger Phasen vom Bereich fester und flüssiger Phasen. Ebenso können die übertragenen Punkte aus den Haltepunkten und den unteren Knickpunkten verbunden werden. Sie bilden die sogenannte Soliduslinie. Die Soliduslinie trennt den Bereich nur fester Phasen vom Bereich fester und flüssiger Phasen. Aus dem Zustandsdiagramm kann man entnehmen, welche Phasen bei bestimmten Temperaturen auftreten. Oberhalb der Liquidustemperatur, gekennzeichnet durch die Liquiduslinie, liegt die Phase Schmelze vor. Oft einfach mit SM oder S abgekürzt. Unterhalb der Solidustemperatur, gekennzeichnet durch die Soliduslinie, liegt die Phase Mischkristall, oft einfach mit MK abgekürzt vor. Zwischen Solidus Liquiduslinie liegt ein Zweiphasengebiet mit Schmelze und Mischkristallen. So kann für jede beliebige Legierung L der Beginn und das Ende der Erstarrung bzw. der Beginn und das Ende des Aufschmelzens ermittelt werden. Ebenso kann für jede beliebige Legierung bei gegebener Temperatur die durchschnittliche Zusammensetzung der Phasen im Zweiphasengebiet bestimmt werden. In unserem Beispiel lässt sich über den Schnittpunkt mit der Liquiduslinie die Zusammensetzung der Schmelze und über den Schnittpunkt mit der Soliduslinie die Zusammensetzung des Mischkristalls ermitteln. Außer der Zusammensetzung, Anzahl und Art der Phasen, können aus dem Zustandsschaubild auch die Menge der in den Zustandsfeldern vorhandenen Phasen ermittelt werden. Dabei geht man davon aus, dass die Menge zum Beispiel an B im Mischkristallanteil, also Menge MK mit der Konzentration C2 und der restlichen Schmelze, also Menge MS mit der Konzentration C1, bei jeder Temperatur im Zweiphasenfeld zusammen genauso groß sein muss wie der ursprünglichen Schmelze L mit der Menge M und Konzentration C0. Ist also die Gesamtmenge M gleich MS plus MMK, dann gilt bezogen auf den B-Gehalt bei der Temperatur T M mal C0 gleich MS mal C1 plus MMK mal C2. Daraus ergibt sich MMK gleich C0 minus C1 dividiert durch C2 minus C1 mal M. Benennen wir nun die beiden Hebelarme mit A und B, so ergibt sich vereinfachten MMK gleich A dividiert durch A plus B mal M und MS gleich B dividiert durch A plus B mal M. Diese Beziehung wird in Anlehnung an die Mechanik als Hebelgesetz bezeichnet. Das Hebelgesetz besagt, dass sich ein Hebel im Gleichgewicht befindet, wenn die Summe aller an ihm anliegenden Drehmomente gleich Null ist, sodass sich aus der Gesamtmenge einfach die Mengenanteile der vorhandenen Phasen berechnen lässt, wenn die Hebelarme bekannt sind bzw. aus dem Zustandsdiagramm abgelesen werden können. Solche Überlegungen und Berechnungen werden beispielsweise in Gießereien benötigt. Lassen Sie uns eine kurze Beispielrechnung durchgehen. Die Aufgabe soll darin bestehen, Ermittlung von Beginn und Ende der Erstarrung, Zusammensetzung von Mischkristallen und Schmelze bei 1200 Grad Celsius und Berechnung der Menge an Mischkristallen und Schmelze bei 1200 Grad Celsius bei einem Einsatz von 500 Kilogramm für eine Legierung mit 40% B. Das heißt, wir zeichnen uns zunächst die Legierung mit 40% B ein. Über die Schnittpunkte der Vertikalen bei 40% B mit der Liquiduslinie ergibt sich der Beginn der Erstarrung bei 1240 Grad Celsius. Und über den Schnittpunkt mit der Soliduslinie, das Ende der Erstarrung bei 1100 Grad Celsius. Über die Schnittpunkte der Horizontalen bei 1200 Grad Celsius mit der Liquiduslinie ergibt sich die Zusammensetzung der Schmelze zu 30% B und 70% A. Und über den Schnittpunkt mit der Soliduslinie ergibt sich die Zusammensetzung des Mischkristalls zu 66% B und 34% A. Um die Massenanteile zu berechnen, findet das Hebelgesetz Anwendung. Also, die Masse an Mischkristall dividiert durch die Gesamtmasse entspricht dem Hebelarm A dividiert durch A plus B. Das sind 10 dividiert durch 36 gleich 0,278 und das entspricht 27,8%. Ähnliches gilt für den Massenanteil der Schmelze. Also, die Masse der Schmelze dividiert durch die Gesamtmasse entspricht in diesem Fall dem Hebelarm B dividiert durch A plus B. Also, 26 dividiert durch 36 gleich 0,722, was einem Anteil von 72,2% entspricht. Bezogen auf die Einsatzmenge von 500 kg ergibt sich somit, dass bei einer Legierung von 40% B bei 1200 Grad Celsius 139 kg Mischkristalle neben 361 kg Schmelze vorliegen. Da sich die Zusammensetzung von Schmelze und Mischkristallen im Zweiphasengebiet ständig ändert, entstehen aus der Schmelze ungleichmäßig aufgebaute inhomogene Mischkristalle. Man spricht hier auch von Seigerungen. Die Mischkristalle sind in ihrem Inneren ungleichmäßig in der Zusammensetzung. Sie enthalten in der Mitte eines jeden Korns einen größeren Anteil von der höher schmelzenden Komponente, als der Zusammensetzung der Legierung entspricht. Die niedriger schmelzende Komponente ist außen in größeren Anteilen vorhanden. Betrachten wir wieder unsere Beispiellegierung mit 40% Nickel. So startet die Kristallisation der Mischkristalle mit einer Nickelkonzentration von 58%, während die Schmelze natürlich 40% Nickel aufweist. 25 Grad niedriger beträgt die mittlere Konzentration der Mischkristalle bereits nur noch 51% Nickel und die Schmelze ist entsprechend an Nickel verarmt und weist lediglich ein Nickelgehalt von nun 35% auf. Weitere 25 Grad tiefer beträgt der mittlere Nickelgehalt der Mischkristalle 48% und der der Schmelze nur noch 28%. Am Ende der Erstarrung muss der mittlere Nickelgehalt der Mischkristalle natürlich 40% betragen. Die ungerichtete Zufallsbewegung von Teilchen aufgrund ihrer thermischen Energie wird Diffusion genannt. Bei ungleichmäßiger Verteilung bewegen sich Teilchen aus Bereichen hoher Konzentration in Bereiche geringerer Konzentration. Dadurch wird ein Stofftransport und damit Konzentrationsausgleich bewirkt. Während ein Konzentrationsausgleich in der Schmelze einfach und schnell vonstatten geht, sind im festen Mischkristall sehr viel längere Zeiten erforderlich. Hierbei ist der Platzwechsel mit benachbarten Leerstellen der vorherrschende Mechanismus, da der Wechsel eines Atoms auf einen Zwischengitterplatz sehr viel mehr Energie benötigen würde. Bei technischen Abkühlgeschwindigkeiten kann sich das Gleichgewicht nicht einstellen. Es kommt zu unerwünschten Entmischungserscheinungen, den Seigerungen. Generell neigen natürlich Legierungen mit engen Zweiphasengebieten weniger stark zu Seigerungen als Legierungen mit ausgeprägten Zweiphasengebieten. Die Eigenschaften einer Legierung mit Mischkristallbildung können nicht aus den Eigenschaften der Komponenten berechnet werden, da die Gitterverzerrungen sich nicht proportional mit der Konzentration ändern. Die stärkste Gitterverzerrung ist bei Substitutionsmischkristallen gegeben, wenn jede Komponente in etwa die Hälfte der Gitterplätze besetzt. Für Kupfer-Nickel-Legierungen zeigt sich für die im Zugversuch ermittelte Zugfestigkeit ein entsprechendes Maximum bei etwa etwas über 50%. Durch die eingebrachten zusätzlichen Gitterverzerrungen liegt die Zugfestigkeit dieser Legierung höher als die Festigkeit der beiden Komponenten. Ganz ähnlich verhält es sich mit der Härte, in diesem Falle gemessen nach Brinell, die sich ohnehin ansatzweise proportional zur Festigkeit verhält, wie wir im Kapitel Zeittemperaturumwandlungsschaubilder noch sehen werden. Auch wenn die Bruchdehnung A5,65 mit steigender Gitterverzerrung abnimmt, so führt die Festigkeitssteigerung über Mischkristallhärtung nicht zu einer solch drastischen Versprödung, wie wir es beispielsweise bei der Kaltverfestigung durch das Einbringen von Versetzungen gesehen haben. Ich bedanke mich wie immer für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, Sie schauen sich auch das nächste Video an, in dem wir das interessante Thema der Zweistoffsysteme weiter bearbeiten werden.